Hallo, Alexander Schumann hier. Morgen ist ja schon wieder Ostermontag, deshalb gibt es heute ein neues Video zum Thema Ostern. Vermutlich fragt ihr euch, warum ich derzeit langärmlich unterwegs bin. Das liegt daran, dass ich ein wenig krank bin. Krank, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Kopfschmerzen habt und ein stechender Schmerz hinter den Augen euch zur Verzweiflung treibt. Bei mir ist es etwas schlimmer, Männergrippe. Und damit nicht genug, ich bin nicht mehr kälteresistent. Das heißt, mich friert. Deshalb der Pullover. Aber weiter im Text. Ostersamstag war schlimm. Eigentlich wollte ich nur noch schnell ein paar Einkäufe vor dem Feiertag erledigen. Doch was ich da im Supermarkt erleben musste, war Chaos pur. Die Leute standen von der Kasse bis zur gegenüberliegenden Wand. Und so ein Supermarkt ist lange. Da habe ich mich gefragt, was sind das bloß für Leute, als ob es bald nichts mehr zu essen gibt und die komplette Versorgung zusammenbricht. Was für... naja. Später wurde mir dann klar, dass ich ja auch einer von denen bin. Sonst wüsste ich ja nicht, wie es dazu geht. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft es bei anderen Situationen, über die man sich aufregt, genauso ist. Und sich nur deshalb darüber aufregt, weil man ja selbst auch so ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber genug der Selbstreflexion. Ostern ist ja auch eine Zeit des Brauchtums. Osterfeuer, Eierverstecken und solche Sachen. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass solche Brauchtümer meistens sehr, sehr alt sind? Das mit den Eiern stammt noch aus einer Zeit, als man die Fastenzeit für voll genommen hat. Und nach dieser Zeit, eben zwischen Fasching und Ostern, sehr viele Eier übrig waren, die dann eben gegessen werden wollten. Apropos Eier, ich habe das zuerst für einen Witz gehalten. In Facebook hat jemand ein Bild gepostet, in dem es, und jetzt kommt's, weiße Eier zum Selberfärben angeboten wurden. Ich hielt das für einen Witz, aber wie ihr hier seht, gibt's das wirklich. Das Foto habe ich selbst gemacht. Ich hätte es mir ja noch eingehen lassen, wenn nicht Eier gekocht gewesen wären. Denn sehr viele Eier kochen und dann auch noch richtig schön weich und so, ist schon eine Kunst für sich. Aber das sind stinknormale, weiße Eier. Schlimm. Apropos Eier kochen, das geht mir auch ziemlich auf die Nerven. Mal zu weich, mal zu hart und dann das ewige Schälen. Von den anderen Dingen, wie Massentierhaltung, Küken schrädern und so weiter, möchte ich gar nicht erst anfangen. Vor einiger Zeit bin ich auf etwas gestoßen, das leckere Eibrote ohne Eier ermöglicht. Und zwar ist das ein Salz namens Kalanamak. Wenn ihr euch das aufs vegane Margarine Vollkornbrot streut, dann habt ihr das Beste aus beiden Welten. Probiert es mal aus. Nochmal zum Thema Brauchtum. Wie schon gesagt, viele Bräuche entstanden aus einer Notwendigkeit heraus. Wenn es wenig zu essen gibt, dann macht man halt eine Fastenzeit. Wenn es dann zu viele Eier gibt, weil die Hühner halt trotzdem weiterlegen, dann macht man Ostereier. Einer meiner persönlichen Lieblings-Osterbräuche ist das Reifenwechseln. Denn es heißt ja, von Oktober bis Ostern. Ich habe sogar schon einen Termin in der Autowerkstatt ausgemacht. So, das war es schon wieder für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, was ihr für Osterbräuche habt. Und bis demnächst. Denn es heißt ja, von Ostern.